Heute kommen wir zum fünften Punkt, der wichtigen sechs Punkte für Zielerreichung und Erfolg. Der heißt, komme raus aus deinen Ängsten, Sorgen und Problemen. Es ist der berühmte Negativkamin, den ich dir oft schon in Videoeinsprechungen zugerufen habe. Du musst raus aus negativen Energien und Sorgen und Problemen. Du musst in den Positivkamin umsteigen. Die Schritte haben wir besprochen. Du musst in die Aktivität, was wir beim letzten Mal besprochen haben. Du musst in die positiven Bilder deiner Zielcollage und du musst sämtliche Sorgen verbannen. Du musst raus aus allem, was dich lähmt. Wir alle kennen das Bild, wie das Kaninchen vor der Schlange fast erstarrt. Habe deine Zielbilder, wie du dein Leben haben willst, vor Augen. Dann bist du im positiven Kamin und dann gehe deinen Weg. Der liebe Gott, sagt man so schön, hat die schönsten Dinge des Lebens hinter der Angst platziert. Also gehe durch die Tür der Angst und dein echtes, wunderschönes Leben öffnet sich dir. Viel, viel Erfolg dabei!